Moin Jungs, da bin ich wieder und zwar heute zeige ich euch den schnellsten Outfit-Glitch aller Zeiten und weil er so schnell ist, hat er noch nicht mal ein Intro verdient, aber für euch habe ich trotzdem eins gemacht, also hau jetzt rein! Ja, das Intro hat jetzt nicht unbedingt zum Glitch gepasst, aber scheiß drauf! Okay, ich zeige euch jetzt mal, was ihr machen müsst und dazu müsst ihr zum Maskenladen runtergehen und der befindet sich auf der Karte hier, für die Leute, die es noch nicht wissen. So, und dann kauft ihr euch einfach eine Maske und wie ihr seht, habt ihr die Maske direkt unter der Polizeimütze, also ihr müsst eigentlich gar nichts machen, ihr müsst einfach nur eine Maske aufziehen im Maskenladen unten und dann funktioniert das. Also es funktioniert auch nur mit dem Cop Outfit, ich habe es mit den anderen Outfits auch probiert, es geht wirklich nur mit der Polizeimütze. Wie ihr die bekommt, habe ich ja schon mal gezeigt in dem Video, ich werde auch das Video unten in der Videobeschreibung rein tun, dann könnt ihr euch das angucken, damit ihr euch das Cop Outfit holen könnt und dann könnt ihr auch diesen Glitch probieren. Also wie gesagt, es klappt nur mit diesem Polizeimütze. Weil ich bin da irgendwie drauf gekommen, weil ich eine neue Maske fürs Halloween-Update kaufen wollte und bin zufällig halt mit dem Polizeimütze rumgerannt und dann habe ich das gesehen und dachte, wow, okay, super. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es so ist, dann terrorisiert den Like-Button. Und jetzt würde ich noch gerne nochmal was sagen und zwar schaut beim Incredible Gamer vorbei, der hat eigentlich einen Epic Fight mit mir gemacht. Ähm, es war spannend, sage ich mal so. Eine Revanche lässt auf jeden Fall auf sich warten. Erstmal grüße ich dich, Incredible Gamer. Sein Link ist unten in der Videobeschreibung und dazu auch noch der passende Link zu dem Video, wo er gegen mich im Epic Fight kämpft. Also es schaut sich an, also ich finde es total geil, also ich feiere das Video. Und ich war auch den Typen, der echt geile Videos macht, die Fanny Shit-Videos, also das ist Wahnsinn. Auch die verlinke ich mal unten, dann könnt ihr auch die mal anschauen. Ja, das war es auf jeden Fall von dem heute und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, haut's rein, macht's gut, viel Spaß.